So Influencer-Stories, die fangen immer an mit Hi ihr Süßen, weil mich wieder alle gefragt haben, wo ich den Pulli her hab. Moment, wer hat dich gefragt? Du hast insgesamt 300 Follower und die haben dich alle gefragt? Okay, weil mich ein paar gefragt haben. Okay, weil mich keiner gefragt hat, wo ich den Pulli her hab. Erzähl ich's euch trotzdem.